Kinder, morgen ist Ostern und ich muss jetzt los die Oster-Ehr und die Geschenke verteilen. Wollt ihr mir helfen? Ja, gerne doch. Oh, super, ich freue mich schon. Soll ich die Sachen von hier oben runtergeben? Ja, bitte, ich warte hier unten. Gib sie mir runter. Okay. Super, Kinder, da sind wir ja schon fertig. Dann gehen wir jetzt gleich los und jeder nimmt einen Wagen. Ja, machen wir. Tschüss, bis später. Vati, ist es noch weit? Ja, du musst Geduld haben. Wir müssen schon noch ein bisschen laufen. Ach, nö. Noch ein bisschen. Ich denke, halbe Stunde, dann sind wir beim ersten Haus, ja? Na gut. Papa, warte. Ich möchte auch mit. Hier, Kinder, verteilen wir jetzt die Ostereier und Schokolade und Geschenke. Sucht schöne Verstecke aus und überall gleichmäßig was verteilen, ja? Ja, das macht am meisten Spaß. Das denke ich mir. Und seid leise, dass die Menschen nicht aufwachen. Ja, das machen wir. Vati, wo soll ich das eigentlich hier verstecken? Hm, lass mich mal überlegen. Vielleicht im Wohnzimmer vorm Sofa? Ja, das mache ich. Gut, dann bring es da hin. Ja. Jetzt sind wir fertig, Kinder. Lasst uns dann nach Hause gehen. Ja. Das hat voll Spaß gemacht. Nächstes Mal wollen wir wieder mit. Ja? Dann müsst ihr ein Jahr Geduld haben. Dann geht es wieder los. Ja. Guck mal, der Osterhase war da. Ja, und was er alles mitgebracht hat. Eier und Hasen. Komm, lass uns in den anderen Zimmer auch noch schauen. Ja, komm, lass uns gehen. Guck mal, hier überall Überraschungseier. Guck mal, ich habe ein goldenes Ei gefunden. Toll. Und ich suche jetzt auch ein paar Eier. Guck mal, hier ist der ganze Schrank voll mit Schokoeiern. Und ich habe ein Mickey Mouse Ei gefunden. Komm, lass uns noch im Bad schauen. Ja, schnell. Guck mal, ich habe ein Überraschungsei von Kass gefunden. Und ich habe eins von Minnie Mouse gefunden. Die habe ich so lieb. Der Osterhase ist voll lieb. Der hat uns so viele Sachen gebracht. Komm, lass uns noch in der Küche schauen. Ja, gute Idee. Ja, komm, schnell. Der Hase ist so kuschelig. Ihr habt lauter Eier von Plains. Komm, jetzt bleibt nur noch das Wohnzimmer übrig. Guck mal, ich habe auch einen kuscheligen Osterhasen gefunden. Und ich habe ein Überraschungsei gefunden. Und das mache ich jetzt auf. Mh, das sieht lecker aus. Oh, voll cool. Ich habe einen Pinguin. Ich packe jetzt ein Plains Überraschungsei aus. Die Schokolade ist voll lecker. Und, was da drin ist? Mh, 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 mh. Ich muss erst noch schauen. Oh, endlich. Das, was ich mir immer gewünscht habe. Ein Flugzeug. Ich packe jetzt das Mini-Maus-Ei aus. Und ich das von Chaos. Und was ist in dem Ei drin? Ich muss mich erst freiknappern, damit ich gucken kann, was drin ist. Wow, ein Mini-Maus-Anhänger. Oh, voll cool. Jetzt bin ich aber dran. Oh, das Auto habe ich mir schon immer gewünscht. Das war das coolste Ostern, was ich je erlebt habe. Finde ich auch. Tschüss.